Gemischte Stimmung bei Promi Big Brother, während sich die eine Nacht Dilara Cruises, 33, Späti Einkauf den Bauch vollschlagen und vor Freude buchstäblich tanzen, schlägt den nominierten Container-Kolleginnen Sarah Wagner, 28, und Leila Lahua, 28, die Angst vor dem Exit auf den Magen. Am Donnerstag war bereits die erste Maske gefallen, als das Verliererteam um Verena Kehrt, 43, und Jochen Horst, 53, auch einen Mitbewohner auf die Exit-Liste setzen durfte. Der frühere Kult-Kommissar Balco hing sich die Medaille erst selbst um, schwenkte nach einem Vorschlag des großen Bruders blitzschnell um. Denn, sie dürfen auch jemanden nominieren, der nicht in der Arena war. Zack, es traf Sarah wie aus der Pistole geschossen. Der Grund, ich langweile mich mit ihr, merkte der Adolf-Grimme-Preisspitz an, und zeigt somit sein vermeintlich wahres Gesicht. Die Ex von Torwart-Legende Oliver Kahn, 55, traute ob dieser brühwarmen Aussage ihren Ohren nicht, und stellte ungläubig fest, du bist so skrupellos. Das gesamte Promi-Rudel verfolgte das Geschehen am Wohnzimmer mit, so auch die Wildcard-Gewinnerin. Da setzte es bei der Rückkehr Kasala. Ich sage euch ehrlich, ich finde es schwach. An eurer Stelle hätte ich die selbst genommen, laffte sie Jochen und Verena Perlend vor Wut an. Für Sarah sei sein Verhalten charakterschwach. Jochen wollte das nicht gelten lassen. Es ist ein Spiel. Da müssen Köpfe rollen. Es kann auch meiner rollen. Auch wenn er damit jetzt ganz oben auf der Shitlist stehe. Schnitt zu Layla. Sie sorgte sich weiter, dass der TV-Container ihre Beziehung zu Mike Heiter, 32, bedroht, obwohl Elena Miras, 32, bislang auf die Eskalationsbremse drückte. Allerdings setzte der Reality-TV-Darstellerin die Schmatz-Szenen bei der Knutsch-Challenge zu. Das Dreiecks-Drama findet noch lange kein Ende. Der große Bruder bat zum Eiertanz. Ausgerechnet die Erzrivalinnen Elena und Layla, die sich spinnefeind sind, taten sich als Paar zusammen. Am Ende verfing aber der Plan. Das hat gut funktioniert, bilanzierte Layla. Mit viel Lippeneinsatz erspielten die TV-Knastis als Team den reich gefüllten Geschenkkorb. Sarah hatte als neue Container-Chefin die Fäden in der Hand. Sie musste Paare zusammenstellen, die sich blind vertrauen. Mimi und Jochen in Team Weiß, im blauen Team Verena und Daniel Lopez, 47. Das Gespann Verena Daniela jubelte wegen eines Regie-Patzers zu früh. Team Weiß fuhr stattdessen den Sieg ein. Die Zuschauer stimmten abschließend über die Duellanten ab. Mimi wurde geschützt, Verena landete auf der Nominierungsliste.